Mit dem Sprühstrahl, des Mehrzweckstrahlrohrs. Mehr ist nicht drin. Und nun schauen wir mal, was diese Strahlrohr mit der Flamme macht. Oh, jetzt wird's gleich etwas laut. Und es wird warm. Die Kameraden haben den Auftrag, an den Gashahn zu gehen, der sich an der Gasflasche befindet. Und es wird, glaube ich, jeder sehen, dass das mit den normalen 10 Mehrzweckstrahlrohr nicht möglich ist. Es wird nämlich wirklich heiß. Und jetzt bei der Flamme der Flamme aus dem Gashahn zu gehen kann. Ja, ich bin leiser, ich bin leiser, ich bin leiser. Vielen Dank.